schwarze map läuft bei mir oh jetzt ist das treppel mir entgegengerutscht scheiße rechts steht aber überall hinter uns kam eine hab ich aber weg elektro ist leer schwarze die spawne die liegen liegen im spawne bei b jetzt kommt noch einer rechts wir sind gleich auf b jungs nach der serie haben sie mich auf b weggekratzt nach b habe ich weg aber mich hat einer von links schwarze gut dass ich den nicht sehe wenn die in die ganzen granaten schmeißen naja er sitzt hier um der ecke weh raus gehst links boah das war ein bisschen spät scheiße schwarze 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 Mal eben meinen Sniper und guck mal, dass ich den Gang dahinten weg aimen kann. Bravo ist gesichert. Wege habe ich. Wege gesichert. Entferne Elektro. Ich brauche einen noch in einem Elektro-Laden, ey, das ist zu groß. Zwei Mahndreiner, einen habe ich. Kommt aber zu A rübergerannt. Den jetzt mehr, bei Elektro. Bist du Elektro? Ja. Moin, direkt beim Nachladen wieder, ey. Einen habe ich bei Elektro. Nachladen. Einer drin, bei Elektro. Habe ich. Gut, gut. Mal weiter, mal weiter, mal weiter, ist gut so, ist gut so, ist gut so, drücken, drücken, drücken. Ich bin erledigt. Boah. 2-3 drinne. Habe ich nicht gesehen, sorry. Ist gut, das ist noch da. Nee, der hat mich weggenobbt. Seine scheiß rote Automatikpistolen-Scheiß da. Sama, Stierf. Gott, das wäre... Boah, den hätte ich noch gekriegt. Soll ich dann gleich das Geschütz einstellen? Habe ich aufwärtsfrei. Ich stelle das mal... ... oben aufs Rondel. Rondel hoch? Ja. Nicht rankommen. Ich denke mal, da ist eine gute Idee. Ich habe es auch bald frei. Ich fühlte nicht mehr viel. Treppel, dann lass mal nach B rennen. Wo bist du? Ich stehe erstmal auf C für Punkte. Wir kriegen Nachschub. Auch Geschütz. Wir haben rechtsabschuss. Wir haben rechtsabschuss. Och, du blödes Rektschwein, ey. Ich habe eins auch hier oben drauf. Auf Rondel. Mann, ey! Wir haben auch einen geschützt. Wir haben... Wir haben geschützt auf B hingekommen. Wir haben... Wir haben... Wir haben geschützt auf B hingekommen. Wir haben geschützt auf B hingekommen. Hinter der Tür, hier bei Elektroraum ist einer. Ja, habe ich gesehen. Scheiße, hat mich von beiden Seiten... Im Elektroraum ist auf jeden Fall nur einer. Ja. Mehrere feindliche Spionageflugzeugkontakte. Und Schlecker gibt nichts. Ich hasse diese Helios, ey. Die Z sind gerne. Ja, sicher. Ja, auf B. Meine Fresse, ey. So, jetzt verpiss ich mit deinem Scheißdenken, ey. Na, die sind doch schon bei uns hinten bei C. Die sind bei uns im Spawn drinne. Einen habe ich im Spawn, bei uns. Die sind bei uns im Einsatzgebiet gekommen. Zwei Feinde weniger. Sauberstattel. Spionage auf der Flugzeug startklasse. Ja, ja, ja. Jetzt machen wir uns kaputt. Wenn auch weh. Kannst mich. Oha. Der hat geholfen. alle rechts vorm elektroraum werkstatt kommen rüber stehen aber welche von uns werkstatt verkstatt kommt wieder 2 22 22 22 bravo da kommt einer durch legt links an der werkstatt nicht unten ja ja ich mich drei sekunden und dann alter gehen wir nicht auf den sack gleich bei uns im sporn über links von der werkstatt aus